Hallo und einen wunderschönen, jetzt wollte ich echt gerade sagen, guten Abend. Das ist so drin, weil ich in meinen Instagram-Stories immer abends sage, hallo und einen wunderschönen guten Abend. Also, du hörst es vielleicht gar nicht abends, darum, egal zu welcher Tages- oder Nacht- oder Abend- oder Morgenzeit, du es gerade hörst, diesen wundervollen Podcast hier und wir uns wieder treffen. Sei mir doch herzlich willkommen. Ich möchte heute gern einmal darüber sprechen, warum das schnelle Konsumieren von Wissen nichts bringt. Ich mache immer wieder Erfahrungen, dass alle sagen, ja, du, kann man sich ja auch ein YouTube-Video anschauen. Die Problematik ist bei einem größeren Thema, wie zum Beispiel in der Gastgeberschaft, hilft das nicht weiter. Denn du beleuchtest bei einem YouTube-Video die Systematik. Du hast den Anhaltspunkt, so geht das. Also, wenn wir zum Beispiel über Knigge sprechen, dann weißt du Gabel links, Messer rechts, immer von außen nach innen. Ja, gehört zu Knigge. Gerade sitzen, ja. Die Serviette nach innen, also das heißt, die Öffnung der Serviette nach innen liegen, zu dir liegen, ja, das lernst du bei YouTube. Allerdings setzt sich dieses Wissen nicht fest, weil du nur die Informationen rein weg bekommst. Das geht nicht, das ist kein physisches Wissen. Das geht nicht in Fleisch und Blut über. Ganz einfach, weil du nicht weißt, warum das so ist. Das sind einfache Regeln, die irgendwer aufgestellt hat und du denkst dann, also so denke ich ja auch, ja, hat sich ja nur irgendwer ausgedacht. Du hast jedoch keine Information, warum das so ist und was das große Ganze ausmacht. Und darum ist es gerade beim Gastgebertum so sehr wichtig, das große Ganze zu begreifen. Und das ist auch kein Hexenwerk und das macht auch total wahnsinnig Spaß, Wissen vernünftig beigebracht zu bekommen und mal ganz ehrlich, das ist dann der Schlüssel zu allem. Ich habe gerade noch mit dem Michael gesprochen und er sagte zu mir, diese Tanktop-Coaches, die bringen ja überhaupt gar nichts. Und da habe ich mich so gefreut über diesen Ausdruck und habe sofort gedacht, ey, das ist voll, das triggert mich gerade total. Darüber muss ich unbedingt einen Podcast machen, ganz genau. Denn du verstehst nicht, warum. Du bekommst sicherlich bei Tanktop-Coaches eine schnelle Abnahme. Die machen mit dir Übungen, die auch wirksam sind. Und nach drei oder vier Monaten hast du alles wieder drauf, genauso schnell, wie du abgenommen hast, weil du dein Background-Wissen dazu nicht hast. Du weißt nicht, warum das jetzt funktioniert hat. Und du weißt auch nicht, warum das eine Lebensmittel dich schneller satt macht und längerfristig satt macht, also ganz ins Pur gesprochen, als das andere Lebensmittel. Obwohl die von den Kalorienzahlen her gleich ist. Und das sind diese Tanktop-Coaches. Und das ist total vergleichbar mit diesem schnellen Wissen konsumieren aus YouTube-Videos oder mal eben was googeln. Mal ganz ehrlich, wir googeln doch alle alles. Und hier geht das Drumherum-Wissen ganz stark verloren. Das hat Karl Lagerfeld mal in einem Interview gesagt, der gesagt hat, Google, das ist mir fremd, das ist mir fern, das ist für Personal. Okay, das ist sicherlich in seiner Welt so. Wir googeln alle, da brauchen wir uns nichts vormachen. Jedoch hat er in dem Punkt recht, wenn er sagt, wenn ich ein Wort nicht weiß, dann nehme ich mir einen Duden. Man schlägt auf, man sucht das Wort und bekommt noch ganz, ganz, ganz viel Spektrum nebenbei, ohne dass du es gelernt hast. Also wenn du nach einem, wenn du im Duden nach einem bestimmten Wort suchst, dann hast du ja die Auflistung und suchst das Wort und bekommst ganz nebenbei 20, 30 andere Wörter, eine ganze Fülle an Mehrwert, an mehr Wissen noch dazu, ohne dass du dich spezifisch genau darauf konzentrierst. Und das passiert eben nicht, wenn wir dieses schnelle Wissen konsumieren, ohne dass es physisch in uns übergeht. Ja, und das war mir heute ein ganz wichtiges Thema anzusprechen. Ich möchte dir auch direkt die erste Lösung sagen, denn das bleibt dir dann ganz bestimmt im Gedächtnis hängen, wenn du jetzt die Erklärung von mir dazu bekommst. Auch wenn das jetzt ein schnell konsumiertes Wissen ist, so hoffe ich doch, durch meine Stimme tragen zu können, dass es physisch auch bei dir ankommt. Die Serviette wird nach innen mit der offenen Seite gelegt, also ganz einfach einmal zugeklappt und die davon offene Seite dann zu dir hat den Hintergrund, wenn du sie aufnimmst und dann den Mund abwischt, dann ist natürlich die dreckige Seite wieder eingeklappt, sodass es keiner sieht. Und das ist einfach angenehm. Du hast immer nach außen hin eine saubere Serviette. Und das gilt nicht nur fürs abputzen, sondern auch, wenn du aus Verlegenheit mal irgendwas ausspucken musst, weil es einfach nicht schmeckt oder du auf Knorpel beißt oder sonst was. Das ist der Hintergrund, dass die Serviette einmal gefaltet wird und mit der offenen Seite dann zu dir liegt. So, ich wünsche dir einen wundervollen Abend. Ich wünsche dir eine tolle Party. Vielleicht steht ja demnächst was an bei dir. Und ein tolles Wohlfühlen in der Gastgeberei. Bis dahin mal. Ciao. 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 Vielen Dank.